Okay, alles klar. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich drehe jetzt einfach mal den Bildschirm. Also erstmal herzlich willkommen zum Livestream bei Berliner Leben. Mein Name ist Michael Rost, Gästeführer in Berlin und ja, momentan schaffe ich es nicht, Videos zu erstellen. Von daher dachte ich mir, mache ich einen kurzen Livestream. Und ich drehe jetzt mal den Bildschirm, damit man nicht nur mein Gesicht sieht, sondern auch mehr noch von dem, was ich zeigen will, wenn es denn klappt. So, okay. Also ich befinde mich in Oberschöneweide, einst einer der bedeutendsten Industriestandorte des Deutschen Reiches, Deutschlands. Hauptsitz der AEG seit der Jahrhundertwende um 1900. Darum geht es in diesem Video jetzt aber nicht explizit. Dazu müsste ich mich noch mal ausführlicher vorbereiten, um das Ganze zu gestalten, obwohl das natürlich auch ein Video oder auch ein Livestream wert wäre. Heute möchte ich Werbung machen und zwar für eine Ausstellung, die sich in dem Gebäude hier vor uns befindet, im Peter-Behrens-Baum. Das ist die Ausstellung Unvollendete Metropole. Die läuft nur noch drei Wochen und von daher gibt es nicht mehr so viele Chancen, die sich anzuschauen. Aber die behandelt viele Themen, die ich auch gerne in meinen Videos behandle. Stadtentwicklung Berlins auf sehr anschauliche Weise und das wollte ich heute mal präsentieren. Der Standort ist auch spannend. Da komme ich gleich noch zu sprechen. Ich mache noch mal einen kleinen Schlenker hier rechts rüber. Das ist die Rathenau Villa. Ich versuche mal das Gerät hier durchzustecken. So kann man es ein bisschen besser sehen. Die hat sich der Sohn von Rathenau, dem Gründer der IG, 1902 hier bauen. Also Erich Rathenau war der Gründer und der prädestinierte Nachfolger von Emil Rathenau. Allerdings ist er schon früh verstorben, schon 1903. Und die Familie ist hier nicht mehr eingezogen. Also im Jahr vorher war er mit seinem Vater auf Ägyptenreise bis Aswan gewesen und ein Jahr später ist er dann an einer Krankheit verstorben. Und wie gesagt, die Familie hat dann verzichtet, hier einzuziehen. Er hat sich die Villa errichten lassen, weil er Direktor des Kabelwerkes hier war und immer in der Nähe seines Werkes sein wollte. Es war damals das größte Kabelwerk in Europa. Gut, heute ist es Standort der Elektroinnung in Berlin. Mal wieder raus, ich schwenke hier so ein bisschen rum. Also die Gebäude in diesem Bereich sind oft etwas verfallen. Also das hier gehört zur ehemaligen AFA, einer Akkumulatorenfabrik, die sich da hinten im Hof befindet. Und die wird aber noch genutzt. Also da werden noch Batterien, Akkumulatoren und anderes hergestellt. Also ein Teil hier ist industriell noch genutzt. Viele Bereiche liegen brach, werden total künstlerisch genutzt. Aber wir gehen jetzt mal zum Ausstellungsort. Der Bau hier vor uns heißt Peter Behrensbau. Peter Behrensbau war, Peter Behrens war ab 1907 künstlerischer Berater der AEG und hat das eigentlich erfunden, was man heute als Corporate Design bezeichnet. Also er hat alles durchgestaltet, von der Werbung, den Schriftzügen bis zu den Elektrogeräten, den Teekesseln und den Gebäuden. Er trägt alles seine Handschrift und hat damit das Erscheinungsbild der AEG nach außen stark geprägt. Und das Gebäude hier vor uns ist errichtet worden, 1915 bis 1917, also im Ersten Weltkrieg. Okay, ich habe gerade eine Nachricht gelesen, ich soll den Freund grüßen. Ich schau mal, ob er da ist. Alles klar. Gut, also von 1915 bis 1917 errichtet im Ersten Weltkrieg. Innerhalb von zwei Jahren erstaunlicherweise, obwohl Materialknappheit herrschte. Und auch Arbeitskräftemangel. Also tausend Beschäftigte waren hier beim Bau beteiligt. Und darunter waren die Hälfte Frauen. Also Berlin im Ersten Weltkrieg war weitgehend eine Stadt der Frauen und Kinder. Die Männer waren meistens an der Front. Und das hat man wahrscheinlich auch so schnell errichtet, weil auch kriegswichtige Produktion hier herrscht. Also man hat hier LKWs für das Heer produziert. Das Ganze ist erbaut worden für die neue Automobilgesellschaft, die dann 1915 in nationale Automobilgesellschaft umbenannt wurde. Und aus nationalistischen Gründen. 1901 gegründet wurde diese Automobil AG als Tochterfirma der AEG. Also Emil Rathenau hatte schon früh erkannt, wie wichtig das Automobil sein würde. Und die AEG hat also LKWs produziert, Automobile, alle möglichen Fahrzeuge bis hin zu Bussen für die Verkehrsbetriebe hier in Berlin. Und wie gesagt, dann eben kriege auch LKWs für das Heer. Der Turm war sehr markant. Also das Ganze sieht eigentlich aus wie ein Rathaus hier. Mit 58 Metern Höhe war das damals das höchste Gebäude in Deutschland. Also abgesehen von Kirchtürmen. Und das Ganze für ein Jahr. Dann war der Siemens-Turm in Siemens-Stadt höher. Und wir nähern uns jetzt mal so ein bisschen dem Gebäude. Also das ist eine Stockwerkfabrik, sehr modern damals gestaltet. Also die Produktion begann oben im obersten Stockwerk der Karasseriebau. Und dann ging es die Stockwerke runter. Und unten war das Auto dann fertig und wurde im Keller betankt. Hier fuhr uns dann die Einladung zur Ausstellung. Wie gesagt, unvollendete Metropole. Städtebau für Groß-Berlin. Das Ganze war ursprünglich mal im Kronprinzenpalais unter den Linden 2020, also zum 100-jährigen Jubiläum von Groß-Berlin gestaltet. Vom Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg, zweitälteste Verein Berlins, vor fast 200 Jahren gegründet. Und bedeutende Mitglieder waren Karl Friedrich Schinkel, Ludwig Hoffmann, Ludwig Persius und andere Baumeister, Architekten und wie gesagt auch Bauingenieure. Gut, die Ausstellung konnte dort nicht gezeigt werden, jedenfalls nicht lange. Und dann hat man halt Ende oder im Oktober letzten Jahres die Ausstellung dann hier neu eröffnet. Und der Ort ist auch sehr spannend, finde ich. Also kann man sich dann gemeinsam anschauen. Und hier kann man sehen, ich hoffe, das ist zu erkennen, wie das Ganze in oberschöne Weide hier aussah, die ganzen Industrieanlagen. Also wir sind ganz hinten in dem Gebäude, wo man den Turm sehen kann. Das ist also dieses Areal. Und auf dem nächsten Bild kann man die Automobilproduktion in der Halle, in der sich die Ausstellung befindet, anschauen. Und die Autoproduktion hat man bis 1934 hier durchgeführt. Also nach dem Kriege hat man dann Luxusautos hergestellt. Viele Elektroautos übrigens auch damals. AG steht ja für die Elektrifizierung, für Elektropolis hier. Und dann war es halt nach dem Kriege das Werk für Fernsehelektronik, WF, ab den 1960er Jahren. Und hier sind Bildröhren für die Fernseher gestaltet worden. Bis 1990, also so sieht es jetzt halt hier aus, dann ist das Ganze eine GmbH geworden. Und das war übrigens hier der größte innerstädtische Industriebetrieb der DDR mit 9.000 Mitarbeitern. Davon sind dann 1990 1.400 übrig geblieben. 1992 hat Samsung das Ganze übernommen. Und mit 900 Mitarbeitern weitergearbeitet, auch noch Bildschirmröhren für Farbfernseher produziert. Und Samsung hat dann 2005 verkauft, dann die Comabridor, Entschuldigung. Das hat jetzt irgendwas gedreht hier, was er nicht sieht. Ich hoffe, es ist wieder sichtbar hier. Gut, ich möchte noch ein bisschen mehr von dem Gebäude zeigen, bevor wir in die Ausstellung gehen. Also wir schauen mal hier in den Eingang, der zur Vorhalle führt. Gut, das war also der Eingangsbereich für Arbeiter wie für Direktoren, die sich hier auch begegnen konnten. Und schon eine faszinierende Halle, sollte den Arbeitern auch vermitteln, sie an etwas bedeutenden Mitarbeitern. So, ich drehe mal so ein bisschen, ich hoffe, das klappt. Gut, das ist das Glasdach, das ist also so ein Lichthof, den man auch gut für Veranstaltungen nutzen kann. Mit einer tollen Akustik. Und ja, Fernsehproduktion gibt es hier auch. Also Babylon Berlin hat man hier unter anderem gedreht, Aufnahmen gemacht. Ich gehe noch mal ein kleines Stück rüber, durch die Tür hier. Also es gibt hier auch noch einen Pater Noster, der aber gerade nicht in Betrieb ist. Also Treppenhaus hier, Säulengang, also durchgestaltet von Peter Behrens hier. Hinten geht es hoch, da oben Treppe hoch, immer weiter dann zum Turm. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Dazu braucht man dann einen Schlüssel. Wenn man auf den Turm möchte, macht man am besten eine Führung mit, die der Industriesalon Oberschöne Weide organisiert. Auch mal kurz zeigen. Also die machen regelmäßig an den Wochenenden Führungen. Auch noch zur Ausstellung, aber auch allgemein zu dem Bereich Oberschöne Weide, was man hier nochmal auf dem Bild sehen kann. Also in dem Gebäude sieht das von oben aus und das gesamte Areal zieht bis hinten durch, bis zur Spree. Und ich hatte eben gesagt, das hatten die Koma-Brüder, also ein irisches Unternehmen, erworben. Wir haben so ein bisschen untervermietet hier auch an die Hochschule für Technik und Wirtschaft. Jetzt ist das Ganze aber, ich glaube 2019, weiterverkauft worden an die DEE AG und wir wollen das gesamte Areal entwickeln hier. Das heißt, die denkmalgeschützten Gebäude, also wie der Peter Behrensbau und die Halle, bleiben erhalten. Der Rest, was dann später zu DDR-Zeiten dazu gekommen ist, soll abgerissen werden. Und dann möchte man acht neue Gebäude, darunter fünf höhere Gebäude errichten. Die sollen allerdings nur 50 Meter hoch werden, also nicht höher als der Turm. Und es soll eine neue Brücke gebaut werden über die Spree. Projekt von über einer Milliarde, so eine Art Gegenstück zur Siemens-Stadt 2.0, die ja geplant ist, gehen wir mal wieder raus, hier entstehen, also neuere Technologien angesiedelt werden. Wohnungen sind hier nicht geplant, die sind hier auch nicht ausgewiesen. So, steht nochmal der Hofbereich hier vom Behrensbau. Also, nicht im besten Zustand, aber eigentlich noch okay. Und hier geht es wieder zum Turm hoch. Von da oben hat man wirklich einen herrlichen Blick über Berlin und über Oberschöneweide. Lohnt sich. Aber wie gesagt, dazu muss man eine Führung mitmachen vom Industriesalon. Und die haben dann das alleinige Recht, da hoch zu gehen und den Schlüssel. Gut, das ist die alte Werkhalle hier, wo wie gesagt ehemals die Autos mitgebaut worden sind. Und dann später die Röhrenbildschirm. Und wir gehen einfach mal in die Ausstellung rein. Ich weiß nicht, ob das der Freund ist. Christian, ich soll von einem gerade grüßen. Der guckt zu. Okay, wenn er noch nicht da ist. Okay. Gut, Sound ist grisselig geworden. Ich hoffe, die Übertragungsqualität bleibt erhalten. Geht das weiterhin? Ansonsten bitte nochmal Rückmeldung geben. Gut, also laufen hier so eine Rampe runter. Die Halle kann man ganz gut sehen. Also wer sich für alte Industriearchitektur und so. Ja, Orte, die so ein bisschen verfallen sind, infiziert, ist hier natürlich auch richtig. Also Eingangsbereich dreht sich so um das Jahr 1920. Man sieht hier die ganzen Rathäuser, die es um Berlin gab, vor der Eingemeindung. Also ich gehe jetzt mal davon aus, oder dass alle wissen, dass es 1920 die Gründung von Groß Berlin gab. Okay, Sound ist immer noch schlecht. Also das Mikro ist hier direkt unter mir. Ist das so besser? Ich kann es ein bisschen höher machen. Und also ich werde jetzt nicht alle Bilder hier in der Ausstellung zeigen, sondern nur so ein paar Punkte, weil man kann sich das Ganze viel besser selber anschauen. Man kann auch online auf die Internetseite von der Ausstellung Unfallentummetropole gehen und da ist das sehr gut dargestellt. Was ich sehr spannend finde, das ist die Meldung zur Gestaltung von Groß Berlin, also dass das Gesetz angenommen wurde. Also eine ganz kleine Randnotiz. Unterferner liefen die Berliner hatten 1920 andere Sorgen, als sich mit der Bildung von Groß Berlin zu beschäftigen. Also es gab hier die Influenza-Pandemie, es gab den Kaputsch, es gab politische Auseinandersetzungen und da hat man sich mehr mit beschäftigt. Gut, wir schauen uns hier nochmal so ein bisschen an, wie es hier zu DDR-Zeiten aussieht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt das daran, weil ich in der Halle bin und die Verbindung nicht so besonders gut. Nee, Ernst-Reuter-Platz habe ich noch nichts gedreht. Ich wollte noch mal ein paar Bilder zeigen. Ich hoffe, ich bin so halbwegs zu verstehen und die Bildqualität ist die in Ordnung. Also die Werksbereiche hier und noch ein Bild, was hier für Automobile von AIG oder besser gesagt der Nationalen Automobilgesellschaft errichtet worden sind. Gut, das war einer der ersten Fernsehgeräte, eines der ersten Fernsehgeräte hier, Leningrad T2. Die für die Sowjetunion produziert worden sind und die Arbeiter durften erst raus, wenn eine bestimmte Stückzahl hergestellt worden war. Gut, aber gehen wir ein bisschen weiter durch die Ausstellung. Also hier geht es um die Zentren Berlins. Das ist ein Themenschwerpunkt, also dass Berlin halt mehrere Zentren hat. Erstmal im zentralen Bereich Alexanderplatz, Potsdamer Platz, Friedrichstraße, City West. Mit Townsendstraße von Wilmersdorfer und dann eben die umliegenden Zentren, was Berlin ja auch auszeichnet, auch bedingt durch die Eingemeinderung. Ein wichtiger Bereich ist der Wohnungsbau, der hier dargestellt wird von den 1920er Jahren bis heute. Also die Wohnungsfrage, wie weit das Ganze sozial war. Man hat ja auch immer Zitate des Bürgermeisters Gustav Büls, der von 1920 bis 1929 Bürgermeister von Berlin war. Und ein Stückchen weiter dann halt die ganzen Siedlungsbauten. Also was man hier sehen kann, ist Neu-Tempelhof, wo praktisch auch eine Stadt, Wohnstadt in der Stadt errichtet wurde, gegenüber vom Flughafen Tempelhof. Es gibt die Künstlerkolonie um den Laubenheimer Platz, Hufeisensiedlung. Klar, und dann gab es große Pläne, auch schon zu Weimar Publik, für das Südgelände. Eine amerikanische Firma sollte dort Wohnungen errichten, 15.000. Und zu Zeiten des Dritten Reiches waren dann noch mehr geplant. Also für 350.000 Menschen sollten Wohnungen errichtet werden in der sogenannten Südstadt. Gut, Märkisches Viertel, aus Berlin die Plattenbauten. Es geht hier um den Verkehr. Die Verkehrsfrage sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Vorfahrt für das Automobil war lange Zeit Thema. Also was man hier sehen kann, ist das größere Verkehrsnetz. Also die Autobahn rund um Berlin und dann auch den inneren Autobahnringen ist ja Thema bis heute. Und hier ein Bild der Autobahn, die für Kreuzberg geplant war. Also wer die Uranienstraße, den Uranienplatz kennt, da sollte eine vierspurige Autobahn durchführen. Also ich sage jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Bereiche, aber nur kurz stichpunktartig. Weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Qualität nicht mehr so gut ist von dem Livestream hier in der Halle. Es gibt hier auch ein städtebauliches Manifest von dem Architekten- und Ingenieurverein zum Wohnungsplan der Zukunft. Also wie man für Berlin-Brandenburg weiterbauen kann. Es gab immer wieder Proteste, die die Planungen begleitet haben. Schon in den 20er Jahren, da wollte man den Bereich Tempelhofer Feld groß bebauen. Demonstration zum Groß-Berling-Gesetz. Ja und dann in Kreuzberg und auch gegen den Bau der autogerechten Stadt. Wenn man überall Autobahnen durchziehen wollte, bis hin zur Mediaspray. Was ja auch ein Thema ist, da im Bereich Oberbaumbrücke. Es gibt hier noch einen zweiten Hallenteil. Was ich spannend fand oder finde, sind die ganzen Planungen, die es gab, die zum Teil vollzogen wurden, zum Teil nicht. Also es gab schon mal einen Wettbewerb für Groß-Berlin, so bis 1910, wie Berlin halt aussah nach der Gründung Groß-Berlins, Pläne aus der Zeit der Weimarer Republik. Dann gab es zur Zeit des Dritten Reiches einen Generalbebauungsplan. Und ja, nach dem Blick, Eintalung in die Besatzungszonen und dann die ersten Pläne. Die Weiterentwicklung Berlins und dann später in beiden Stadthälften weiter geplant. Also Flächennutzungs-Audio ist immer noch schlecht. Das liegt wahrscheinlich an einer etwas schlechteren Qualität der Online-Verbindung hier in der Halle. Also ich hoffe, es ist so halbwegs zu verstehen. Sonst mache ich das Ganze dann nochmal offline später. Gut, und dann muss man eben im Ostteil der Stadt komplett getrennt, geplant hat, die Bereiche raus aus der Stadt. Und jetzt gibt es für das Wiedervereinigste Berlin weitere Landesentwicklungspläne. So, die Hallenbereiche hier nochmal. Dann gibt es noch das Thema Industriestruktur, also Industrie und Militär. Die großen Industriebereiche, wie die sich verteilen über die Stadt. Siemensstadt wird hier erwähnt. Filmstadt Babelsberg ist mit dabei. Schönefeld mit dem Flughafen und anderes mehr. Dann geht es auch um die Nachbarn, also Brandenburg wird behandelt. Auch unter dem Thema, dass eben Berlin nicht alleine planen kann, sondern am besten mit Brandenburg zusammen. Und dann gibt es noch einen Bereich, dass wir eher nicht alleine sind in Berlin in Europa, sondern dass es andere Großstädte gibt, die ähnliche Probleme hatten und haben. Mit der Planung der Stadtentwicklung, also Wien, Paris, Moskau sind hier oder werden hier gezeigt. Und hier sieht man halt so die Entwicklung aus dem, oder die Planung aus dem Zentrum raus, für die vier Städte, die ich eben erwähnt habe, mit den Verkehrsnetzen auch. Also das kann man sich, wie gesagt, alles besser selber vor Ort im Detail anschauen oder teilweise eben auch online. Gut, der letzte Bereich, auf den ich jetzt nicht so genau eingehen möchte, weil ich auch nicht weiß, wie weit ich das jetzt hier darstellen darf, Das ist das Ergebnis eines Wettbewerbs Berlin-Brandenburg im Jahr 2070, also in etwa 50 Jahren. Da gab es jetzt einen internationalen Wettbewerb und verschiedenste Ideen für die strukturelle Planung des Raumes. So, weil der Architekten- und Ingenieurverein begleitet das Bauen in Berlin-Brandenburg kritisch, also verfolgt das, berät zum Teil auch, macht Vorschläge und das ist dann praktisch auch die Idee hier. Gut, das war es schon, so ein kleiner Überblick. Ich wollte das jetzt auch nicht zu lang machen hier. Und gehe wieder raus. Okay, also wie gesagt, das Ganze ist eine Einladung, sich das selber auch mal anzuschauen. Mit Möglichkeit, also wenn möglich, dann das zu verbinden, mit auf den Film zu kommen, den Namen der Führung. Aber man kann sich auch einfach die Gebäude, die Areale hier so anschauen, ist schon für sich ein Besuch wert. Gut, ich werde dann wahrscheinlich noch mal Bilder so hochladen von dem, was ich hier auf dem Areal gefilmt habe, dann umkommentiert, so als Ergänzung, was es hier noch so an Gebäuden gibt, wie das Ganze aussieht, dann laufe ich jetzt nicht noch mal überall durch. Das würde auch zu lange dauern. Ja, ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Drehe noch mal, zeige ich mich noch mal. Und ja, hoffe, es war so ein kleiner Eindruck und der eine oder die andere ist inspiriert, hier mal vorbeizuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, alles Gute und ciao.